Ja, ihr habt vielleicht einen neuen Azubi oder eine Praktikantin bei euch und jetzt müsst ihr die irgendwie beschäftigen und die sollen natürlich auch noch mit Alpland zeichnen. Jetzt hat man nicht immer die Möglichkeit, dann auch gleich eine Schulung zu buchen für einen Praktikanten oder für einen Lehrling am Anfang. Deswegen habe ich da ein bisschen Hilfe für euch. Ich habe Dokumente erschaffen, zum Beispiel, wie man anfängt, Tag 1 mit 2D-Konstruktionen. Ja, das ist alles auf 17 Seiten aufgeteilt und man lernt halt einfach die Grundfunktionen, wie man im Koordinatensystem in Alpland rumspringt, sage ich jetzt mal, wie man Koordinaten eingeben kann, wie man kopiert, spiegelt, Teilemente einfügt, alle Grundformen wie Kreise, Polygonzüge, Rechtecke, N-Ecke, Segmente. Ja, also alles, was zur Grundfunktion in Alpland beiträgt, das lernt man auf Tag 1 beziehungsweise auf 1,5 Tage. Es kommt immer darauf an, ein bisschen auf die Stundenzeit und die Intensivität und natürlich auch die Lernbereitschaft. Aber ihr braucht eigentlich nichts mehr vorbereiten, sondern ihr könnt einfach diese Zettel austeilen, zeigt ein bisschen die Grundfunktion am Anfang und schon kann der Azubi loslegen. Oder man bucht halt mich dazu und dann schalte ich mich immer so 10 Minuten pro Blatt dazwischen. 10 Minuten mal 17 und dann am Schluss kontrolliere ich alle Teilbilder und vergleiche sie, was gut und was schlecht gelaufen ist. Das ist von meinem Service. Und die nächste Lektion ist dann das 3D-Modellieren, das räumliche Darstellungsvermögen zu stärken, auch die Eingabe zu verstehen, wie man da zum Beispiel 3D-Körper erzeugt in Alpland mit Körpern hinzufügen, ausschneiden, Punkt modifizieren, drehen, gedrehter Grundriss. Wie liest man eigentlich Maßlinien? Wie verläuft sich das, wenn XY und Z-Koordinaten dabei sind? Alles das gibt es genügend Seiten, die man auf Teilbildern aufteilt und dann kann man sozusagen das 3D-Modellieren lernen. Ja und damit eure Neulinge sozusagen gut ausgebildet werden und nichts vergessen wird, braucht ihr euch gar nicht lange darauf vorbereiten, das habe ich schon gemacht. Ich bin ja wirklich ein Alplanexperte und ihr könnt diese Serviceleistung in Anspruch nehmen. Schreibt mir am besten eine E-Mail an die info at subgrade.academy und dann setze ich mich mit euch in Kontakt und vielleicht kommt es zusammen oder vielleicht auch nicht. Aber ich denke, jeder, der neu antrainiert werden sollte, der sollte schon mal in den Genuss kommen von diesen Dokumenten. Ich könnte natürlich dann auch eine Videoaufzeichnung davon machen, wie ich das schule und dann könnt ihr das dem nächsten Neuling ja auch zeigen. Dann habt ihr einen riesen Mehrwert und habt es nur einmal gezahlt, theoretisch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Servus. Ciao, ciao.